Am Minecraft haben wir die beste Leben. Ja, wir machen nur noch Stylents. Das war doch Minecraft. Irgendwas cooles. Ich wurde angeschossen von In Your Face. In Your Face ist es. In Your Face ist es. In Your Face ist es. Was hast du gesagt zum Face? Was ist das eigentlich? Hilfe! Ich hab keine Waffe, Mann. In Your Face ist tot. Gott sei Dank. Wie kannst du nicht sterben? Wie kannst du? Brücke Richtung Burg. Geh mal bitte confirm, Alter. Wenn er mit einem Melon Launcher auf mich drauf schiebt, dann ist er wohl ziemlich sicher hier. Diesmal hab ich einmal noch versucht. Moment. Du kriegst Credits, wenn er noch nicht mehr gemacht hat. Auf welcher Brücke? Wer hat denn... Paul ist denn wo? Paul! 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 Paul ist. Paul! Paul ist... Paul ist die Werte Und was davon treffen? para servieren. Chillen! Hä? Warum? Warum? Warum tötet er einen der Reste? Hab ich nicht, du Spinner, Mann! Alter! Ja, ganz langsam! Ich bin verwirrt, ey! Ich kaufe ein A! Oh Gott! Ich kaufe ein B! Aber ich hab dir einen coolen Headshot gegeben, ich darf starten, ich bleib doch nicht! So, Paul, komm! Alter, bist du ein Lappenbein! Mann, ich kann eine Position haben, Scheiße! Komm mal rüber! Komm, zeig dich, Mann! Waaat! Wart sich zeigen, Mann! Alter, schieb den Lauf! Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann! Puh! Ey, Paul, ich bin cool, du darfst nicht auf mich schießen! Ț Wenn du jetzt dein Gesicht zeigen! Dann gib dir doch fünf Sekunden ein, zwei Sekunden! Hey, die AK ist in den Ecken, die ist besser, ja? Oh, was ist das, ey? Hey, auch wenn man, wen hast du denn getötet? Oh, Mann, jetzt. Paul, hast du die VHS schon im Inventar? Ja, sicher. Hey, wen hast du denn getötet? Hast du dich da Caller King getötet? Hey, ja. Nein, also Paul hat mich getötet. Alter, kannst du mir andere nicht getötet? Oh, ich höre dir getötet. Ich sitz da so und denk mir so, Alter, nein, tu es nicht, nein, tu es nicht, nein, tu es nicht. Sag doch was. Ja, du hast das gefällt, du hast dir eh nicht geglaubt. Aber ich hab fast schweigt. Sag doch was, damit ich dich auf Dorn bringen kann. Das war für eine Bedrohung. Ne, aber vielleicht hättest du sagen können, Warte, geschossen. Vielleicht hättest du sagen können, guck mal ein Film in den ersten Morgen und guck mal, was für eine Waffe das war. Ja, klar. So, dann ist das die Wahnsinn aus. Ja, das macht genau das nächstes Mal gut. Ja, ey, 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 ey. Jemand steht direkt neben dir und du so warte, blöd Buboda Du hast einmal die Leiche erforscht Alter Was wollen wir jetzt? Wir töten das ganz Bleib mal stehen jetzt Bleib mal stehen Buboda Ich bin hinter dir Buboda ich bin hinter dir Das war wirklich knapp Oh mein Gott war das gerade knapp Alter Schwede Was? Oh Gott Grip Ne? Hör im Ruhe Nee, von weiten einfach Nein Abgegeben Abgegeben Alter wieso bin ich eigentlich nur noch Boah Fuck Buh 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 Was ist heute denn da? Hab ich das zum Explodieren gepasst oder war es ein Traitor? Alter, die Leitern hier sind ja echt. Hallo Ding. Ja. Ach Gott, ich hab mich getroffen. Ah, Robert, du willst Traitor, gell? Und dann mit den Plätzen getauschen, er war ein. Robert, Traitor. Will ich doch gar nicht. Was, ist der ja alles schon tot? Wir werden von Fernseher probieren. Der Rebillomobil wieder zu dem ist. Ja, ich hab dann auch mal eine Waffe, ne? Ja, aber nicht mehr. Ja, und ich hab jetzt keine Ahnung, was passiert ist, wo der tot ist. Dass ich nur mit dem Traitor lebe, bin ich mir nicht sicher, aber... Der Rebillomobil wird. Aua, 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 aua. Ich weiß nicht von wo. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ich dachte, ich hab... Ja, na, Scheißer, dachtest du, du dachtest gar nicht wahrscheinlich wieder. Ne, dachte ich auch nicht, ich hab nur gesehen, da ist jemand wieder auferstanden. Hier ist Traitor. Geht das nicht? Aber gut, dass ich keinen Headshot getroffen habe. Das wär sonst noch ärgerlich. Wär wieder kaum random gewesen. Warte. Warte. Jede Waffe... Du bist gewonnen, schon zu gesehen, der Tofado. Da ist Tofado. Wo ist der? Ja, und sichtbar, hier. Oh man. Brennen, Digga! Brennen! Brennen, Digga! Was? Ich hab' getroffen, ich hab' getroffen. Dauer. Brennen! Bitte noch. Ich hab' durch die Beine, ich hab' doch. Ich hab' die, ich hab' die. Ich hab' die. Was ist passiert? Dann mach' ich einfach nicht mit. Warte, warte, bin ich auch. Das stimmt. Aber ich hab' nicht der Einzige, der... Ich hab' so... Wieder so'n One-on-One... ...so... ...im Tor quasi drin. Brennen. Ey, das ist gesperrt! Wird gesperrt! Echt ist denn hier? Rebellion! Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re... Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re... Da.. da ist jemand tot? Chan. Wie ist er jetzt gestorben? Äh.. ich komm' da kaum hin. Da liegt der Detektiv. Hier liegt noch jemand, alter! Was zum Teufel! Äh.. wie komm' ich... Ah, steht Leben verloren. Gernos� irVERLORAN Irgendwie sind ja einige tot. Holy Shit Also entweder ist es Tofado, Rebellion oder Pimke Rebellion ist nicht gesprungen Rebellion ist tot? Der war mit der Gesamtsituation zu uns Scheiße Alter, nicht scheiße bisschen, ich hab 4 Leute gesehen Du bist gerade gestorben, Junge Ich bin gesprungen, weil ich nicht untersteu Nein, ich bin nicht gesprungen Das war das Fade Das war das Fade von DC Du hast das einfach keinen Lust mehr zu nehmen Ich hab keinen Lust mehr auf die Runde Ach stimmt, ich hab mir ja das Ding gekauft Ja, perfekt Aber einem wird das gleich angezeigt, ne? Dass man das auf sich hat Natürlich nicht Du kannst dir aber selbst ein Fade kaufen Und dann wirst du nicht mehr drauf Alter Ich weiß, wenn ich die Sache kriege, muss also keiner haben Das ist ein Fade Das ist ein Fade Ja, das ist ein Fade Ja Ich wollte dich gerade runter schützen Ich brauche mir die Wahrheit Ich hab so viele Ohr immer mit in die Zone gestreut Alter, aus der Fade Wollt ihr das gut über einen Lied singen? Nein, das ist gut Nein, das ist gut Leiter nicht hoch Nein, das ist gut Ich bin dann mit raus in der Hände Flüss Oh Mann Und wer schließt Das ist fass Die Gummibärn Wir sind hier und dort und überall Sie sind wirklich dort und wo sie brauchst Das sind die Gummibären Ähm, was soll das denn? Alter, Patrick, sah gerade sehr merkwürdig aus So, wo ist das denn? Fimke? Und der ist es? Wer, wer war bei Fimke? Bei Fimke? Einige Call a detective to the body of Fimke Hallo, ne? Hallo Julian Willst du den Detective kennenlernen? Wow Oh, wo ist das denn? Ist das denn? Ist das denn? Ist das denn? Bei der Leiche Okay, dann ist er verdächtig Okay, wenn er unsichtbar ist, dann ist er schon fertig Das wird vielleicht ihm Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ja, er ist du Hörstel, Alter! Er hat dich mit deinem Seil, glaub ich, selbst in Geburt Ja, 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 ja Komm Wer lebt noch? Ähm Ja, er ist auf jeden Fall Ich glaub da Color King ist Ich hab so'n Gefühl Ich hab so'n Gefühl Ich dachte, bleib dir viel zu dir, da ist er. Oh mein Gott.